Hallo Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin in Köln, wir sind beim Karneval und ich trinke mir heute richtig einen rein, aber nicht alleine. Ich habe meinen Alkoholikerfreund da, Marvin. Wir trinken heute gegen zwei Kölner, den ersten haben wir schon hier. Dave, komm gut. Hey, dass wir mal hier sind. Herzlich willkommen in Köln. Ja, wir ballern uns heute einen rein. Wir holen Max ab. Du trinkst schon Bier? Ja, warm werden. Prost! Darf man am Karneval, oder? Geil, ich habe jetzt schon Spaß. Wir trinken natürlich das beste Produkt der Welt, Troschi Minis. Mit Dave gibt es gerade im Kiosk-Shop 12%. Nein? Kannst du 13 draus machen? Machen wir 13 draus. Marvin, können wir uns das leisten? Ja. Genau, und immer wenn wir erkannt werden, müssen wir einen trinken und immer wenn wir Bock haben, müssen wir einen trinken. Ich habe Bock. Das ist das, wofür ich auf YouTube stehen möchte. Dann auf Karneval, oder? Prost! Prost! Kann man die jetzt auch heute fallen lassen? Nein, oder? Ja, ja. Okay, Tornado. Prost! Das schmeckt. Könnt ihr mal einen Namen rufen? Ruft mal Dave. Dave! Sehr gut, Dave, du musst einen trinken. Danke. Ruft mal Marvin! Ich... Ja? Ruft mal Aaron! So, in deinem Blashaus sitzt, ne? Ja. Jetzt schon? Jetzt schon? Prost! Ja! Ja, die Asis brauchen wir. Was soll ich sagen? Hallo Marvin! Hallo Marvin! Musst du jetzt einen trinken? So muss ich das Spiel doch gar nicht. Kannst du das bitte in die Kamera sagen? Das schmeckt voll gut! Wo lang müssen wir, Dave? Weit mir! Was ist das? Was sehe ich gelaufen? Was ist denn das? 40%? Umso ungefähr. Oh, der Marvin würde den auch gerne testen. Ich würde den tauschen. Trink doch mal! Ihr seid meine Lieblings-Youtuber! Gehst du jetzt Sarah hier das Geschenk? Oh, danke Sarah! Danke Sarah! Boah! Boah! Dave würde gern mit Pamilfs ein Foto machen. Könnt ihr einmal? Wieso willst du wieder Milfs? Wieso willst du wieder Milfs? Hat er gesagt! Dieses Video wird nicht viel Sinn ergeben. Und wer ist das? Den kenne ich nicht! Oh mein Gott! Der echte! Ich kenne! Naja, im Gegensatz zu denen habe ich auch die Millionen-Abos gemacht. Oh! Oh! Sieht mal Dave an, bitte! Danke! Danke! Getränke trinken ist meistens das beste! Probier mal! Marvin! Einfach rein da! Wir sind umgeschafft! Egalo! Genau so habe ich mir das Video auch vorgestellt! Einfach absolut keinen Sinn! Nur ein reinballern! Boah! Ich merke es jetzt schon bald! Ja! Lecker! Guck mal! Da merkt man, dein Kameramann passt direkt auf! Olivia hat einen Hühnchenkopf auf und läuft! So, wie weit haben wir es denn noch zu Max? Weil wir holen jetzt noch Max ab! Ein Drittel! Halt! Ich habe Marvin gehört! Ich habe Marvin gehört! Nee, nee, nee! Hast du auch Marvin gehört? Prost! Und das, das feiert ihr so, ja? Ja! Ist ja gar nicht schlimm! Ist ja gar nicht schlimm! Ja gut! Aber ich habe echt überhaupt keine Ahnung! Das ist der Dave! Dave war bei Seven vs. White! Wie lange? Sechs Stunden! Sechs Stunden! Was für ein schreckliches Ende! Ich hatte so große Pläne! Ich hatte so viel vor! Ey, es ist mir krank und unangenehm! Sechs Stunden länger als du! Oder könnte dich Marvin abschleppen? Keiner könnte mich hier abschleppen! Ach so, ich wollte doch nur fragen! Guck mal, ich habe meinen eigenen Schnaps! Troschi! Ja, trinkst du jetzt auch einen mit mir? Wo hast du denn das jetzt her? Ich habe mir ein Stück gegeben! Ein Stück Pizza! Ein Stück! Nein, kann ich sein! Ja, Mann! Dings! Der Pranker und Herr Aaron! Und Dave! Hey, Mann! Es ist der, der seinen Sperrmann in Pizza verkauft hat! Ja, das bin ich! Guckt mal, wie viel Kurze Marvin noch hat! Die spielen Demokratie! Wer wäre es dafür, dass Marvin vier Stück am Stück trinkt? Ja, ich bin dabei! Hallo, hallo! Guck mal, wie der ist her! Die Idee ist genauso dumm, wie ich sie mir vorgestellt habe! Das ist deine Trottis! Immer wenn einer Max ruft, musst du einen trinken! Hey Max! Hey, Aroma! Es geht direkt los, ne? Marvin, Bruder, fick die Weißkuchen! Super! Ein Angler! Das ist ja so ein Chaos! Ich habe einfach nur einen Grund gebraucht, mir einen reinzutrinken! Marvin, du musst noch fünf trinken! Entschuldigung, wisst ihr wie dieser Herr hier ist? Ja, Aron! Super! So geht das Spiel nicht! Man erarbeitet sich bei Jahren den Ruf, den man möchte. Aufwendige Videos, große Projekte, gute Produktion! Und jetzt laufen! Cowboy Joe! Wer von uns vielen soll einen trinken? Zwei! Okay, hier! Guck mal, du hast ja mal gesagt, du hast die Trottis bestellt und die kam nicht pünktlich an! Hast du dir gemerkt? Ja, natürlich! Guck mal, jetzt hast du alle vier Sorten in Mini, die ballerst du jetzt alle auf einmal weg! Wow! Influencer-Produkte bestellen! Ich bestelle hier, hier, hier und da! Nur der Kiosk liefert nach einem Monat erst! Das ist der Chef vom Kiosk! Jan, du bist gefeuert! Juhu! Juhu! Wollen wir auch ein Problem? Nein! Hallo! Kannst du im Onlineshop bestellen mit dem Code Dave13... Dave, wie war der Code? Welcher? 13 oder nur Dave? Dave für 13 Prozent! Dave für 13 Prozent! Dave für 13 Prozent! Vorgas! Wöre! Hallo! Hansen singen! Vorgas! Inge-ling-ling-ling! Vorsicht, das Auto! Ich hab den Krankenwagen verschleitet! Timo? Ich hab die Übersicht verloren! Das Video funktioniert super! Ich wollte mir mit Dave einen reintrinken, weil er sonst nie Zeit für mich hat! Ich wollte mir mal Nacht versuchen! Geht nicht! Kann ich einen Tag mit dir verbringen? Geht nicht! Will ich mit Kaif Laume machen? Ich wollte es so anders sind! Wenn ihr Alkohol trinkt, besonders Troschi, trinkt bitte viel Wasser. Das machen wir nicht, das werden die beiden mir morgen danken. Schnick, schnack, schnuck! Nein! Es ist leer, dann lass Aachener Straße gehen, komm. Noch mal zu viert. Schnick, schnack, schnuck! Schnick, schnack, schnuck! Schnick, schnack, schnuck! Nein! Aber doppelt, doppelt. Halt deinen Mord! Dave! Kann ich auch einen mit 1% mehr? Bitte! Max mit 14%! Max 14, bitte benutzt den Code Max14 bei eurer Bestellung, bei der Kiosk. Bringt ein bisschen Geduld mit, kann ein bisschen einen Monat dauern, aber... Jan, sag doch mal was dazu, warum dauert das so lang? Wo ist denn jetzt eigentlich Olivia? Schnick, schnack, schnuck! Schnick, schnack, schnuck! Ich möchte euch einmal sagen, das sind... Warum am kurzen? Nein! Das sind sehr seriöse YouTuber, ich färb bloß echt negativ ab. Ich muss noch davon! Ich mach'inn! Krüattl! Dumm ... Kannst du sie aber machen? AchAUAMS! Na, was darfst du nicht sehen ... Krüattl! Was darfst du nicht nutzen, Marco sonst? POPOT! Warum? Ich hab den zweiten von den Todesshots nur genommen und hinten wieder ausgespuckt. Sorry, wir suchen nur hübsche Mädels. Gerne nächstes Mal! Nein weiter geht's! Wir warten jetzt die ganze Zeit auf Pizza. Und weil das so lange dauert, wird irgendwie jedes Spiel neu erfunden. Demokratie. Was dafür, dass Dave trinkt? Super, okay, du musst trinken. Demografie wählen. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Schnick, schnack, schnuck. Noch keine Runde verloren. Ich hasse das. Ich hasse das. Aber ich wurde gerade beleidigt als Scheißhaufen. Muss man mitleben. Das ist Kritik. Du gehst zu Dave und sagst, deine Performance bei Sam vs. Wild war einfach Under und gehst weg. Dave, deine Performance bei Sam vs. Wild war leider Scheiße. Warum? Wie kannst du ihn dabei abklatschen? Gib mir den wieder. Wer ist dafür, dass Dave trinkt? Dave! 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 Hallo. Und wie fühlst du dich? Eigentlich können wir direkt, wenn wir hinten wieder beim Auto sind, einschlagen und nach Hause fahren. Wir sind original 300 Meter gegangen. Ey, guck mal, das ist ein dickes Pikachu. Hat übrigens vor allem dieser Fremde einfach dein Pizzastück in den Mund genommen? Ja. Pizza! Pizza! Ein harmonisches Zusammenspiel von Thunfisch, Zitronenpesto, Zitronenzesto und spanischen Pizza. Heiß! Ich sag eins, heiß! Ist wirklich gut. Heiß! Langsam finde ich Karneval gut, Timo. Schnick, schnack, schnuck! Jaaaa! Oh! Schnick, schnack, schnuck! Jaaaa! Jaaaa! Wir haben um 10 Stück gedroht spielt! Pizza war aber gut. Aber ich hab Angst, dass ich sie nachher wiedersehe. Davor bei mir ist wirklich schon kurz vor Schachmatt. Mir geht so, als wenn ich Dave-Videos gucke. Ich denke, ich muss kotzen. Schnapp! 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 Waldmeister! Guck mal, guck mal kurz weg! Kein Wasser! Paschel! Prost! Mir ist so schlecht! Sind Froschis ein nachhaltiges Produkt? Nein! Nein! Falls es euch gefallen hat, lasst den bitte gerne einen Like da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und checkt Clark, ab wie wir dieses Video freundlicherweise gesponsert haben. Das allerletzte Wort gehört auch. Ja, und bis... Hallo! Wie geht's dir? Gut, und ihr? Heute noch saufen und rummachen? Aber mit rummachen geht klar? Rummachen geht klar?